NICHT! Hey! Ich guck dich echt weg! Nein! Möhe, du Arsch, Alter! Was willst du? Komm weg! Seh doch mal auf Erdbeeren! Pass mal nicht rum, Mann! Das kriegst du so zurück! Jetzt bin ich mal richtig konzentriert! Doch! Hau mir mal in den Bauch! Aber warte mal! Aber warte mal! Und pass auf, das Solaplex ist hier! Solaplex ist hier! Wege! Nein, du hast noch abgeht! Das ist weh! Also, yo Leute, du hast gerade herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal! Heute wieder mit dem Bruder! Ins Gesicht! Nein, Abi! Heute machen wir richtig und eine Faust! Ika Blasch steht wieder hinter der Kamera! Ich stelle die Fragen! Wir schätzen, wer näher dran ist! Ich kontrolliere immer noch die Augen, die nimmt ja gar nicht auf! Doch doch, die nimmt auf! Ah, da unten! Okay! Wenn ich das mache, dann bist du aus! Also! Alter, soll ich mal richtig ausholen! Nein! Folgt mir alle auf Instagram und Snapchat, Leute! Ich habe mein Name eingeblendet! Also komm jetzt! Okay! Seid ihr ready? Was war's? Wir hauen doch! Du fragst erst! Tu mal dein Handy weg, Alter! Dafür brauchen wir, um dich frei zu werden! Warte, lass sie ab! Also! Da ihr ja den Boxhandschuhe jetzt auf habt, würde ich sagen, ich stelle mal eine Frage zum Boxen! Und zwar! Wie viel darf ein Boxer der Fliegengewichtsklasse maximal wiegen? Okay, ab! Warte mal! Hallo! Okay, ich habe auch! Drei, zwei, eins! Vierundfünfzig! Oh! 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 Die Antwort ist 51! Alter, f**k! F**k! Alter, ich heule! Ich schwöre, ich kann nicht! Wenn du fest haust, dann bist du tot! Pass mal nicht rum! Obst ernst? Was ist das? Was ist das? Pass mal nicht rum, Mann! Alter! Das war so... Komm! Du richtig fest aus! Du deine Hand weg! 3... 3... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 1... 2... 1... 1... In welchem Jahr kam die CD auf den Markt? Alter, was für eine dumme Frage, Mann. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich in diesem Jahr schon mein erstes Album hatte. Damals sind die Bravo-Hits rausgekommen. Hab, du denkst zu laut? Du gibst rein doch nur Hinweise. 1. Halt die Klappe, 1992! 1892. 1882. Klar, Alter. Da war ich ja noch. Jetzt, Junge, jetzt schneide ich mal. Tu deine Hände hoch. Ich hab meine Hände hoch. Ja, du bau einfach rein. Ohne Witz. Ohne Witz. Alter, was? Ich bin geflogen. Nein, es geht. Es geht ehrlich. Okay, ich will nie mehr verlieren. Auf jeden Fall. Nächste Frage. Wie viele Stellen hat der Strichcode der europäischen Artikelnummer? Los, hey, stopp. 24. Warte. 11. 13. Yes, Baby. Boxing, Boxing, Boxing. Okay. Okay. Echt weg. Nein. Schau mal, Alter. Was? Hast du schon weh, gell? Schon. Okay, weiter. 2,1, oder? Ja. Ich will die auf jeden Fall verpassen. Wie hoch ist der Berliner Fernsehtour? Okay. Okay, los. Sag. Ähm. Sag. 140. 180. Alter, seid ihr schlecht. 365. Ja. Fuck. Ist der so hoch am Raum? Alter. Alter. Wie ist das? Ich war auch nur auf dem Tour. Mein Haus. Komm jetzt. Oh. 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 Warte. Ja, mach jetzt Tellium. Dreh dich ein bisschen so. So. Okay. Oh. 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 Wie lange würde einer von uns brauchen, um bis zu einer Milliarde zu zählen? Abi. Ha! Schau. Hey, Abit. Ja, okay, okay. Hey, Abit. Ja, okay. Ja, okay. 3,2,1. 1,8 Jahre. Was sagst du? 3. 80. Das geht doch gar nicht. Ich bin jetzt ruhig, du so eine rein, Alter. Bin ich spruppvoll. Was sagst du? Die haben quasi seit Wurmen. Ich mein's ernst. Du hast doch voll... Du hast direkt eingezogen. Du bist weg. Nein, ich mach nicht. Hey, tu das weg, Alter. Direkt gleich aus Reflex eigentlich zurück, Alter. Ich will nicht schief. Boah! Ab an diesem... Boah! Fass da da. Was ist das? Alter, mein dritter Arm. Alter, der hat doch schon längst draußen. Auf! Auf! Ich weiß nicht, Alter. 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 Wie viele Einkerbungen hat ein Golfball? Boah! Die Frage hatte ich schon drei, vier Mal. Boah! Okay. Sag. 36. Puh! Da sag ich... Hey! Warte! Was hast du gesagt? Ja, vier, zehn Millionen. Puh! Was? Das war seine Antwort. So, hol im Kopf. 336. Scheiße, ne? Aber dann war er näher dran. Zehn Millionen hat er gesagt. Ja, ne? Ja, ne? 336? Alter, wie schlecht bin ich bei dem Spiel? Stell dir mal so. Schau, dass du wirklich echt bist. Du mal den Ende hoch. Warte. Das ist so ein Schockmoment. Schau, wie du ausholst. Du auch. Abi, Hadi! Okay. Hadi! Rückbleibe. Juni, du holst alles raus, weil es willst du mir gleich ins Gesicht schlagen. Hadi. Ja, komm. Eins. Schäde, gescheite. Tu deine Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Oh, meine Faust. Abi, den kriegst du so zurück. Oh, meine Faust. Okay, die siebte Frage. Ich kann, glaub, nicht mehr boxen. Meine Hand tut weh. Ach, schau. Alter. Echt? Okay, Frage Nummer sieben lautet. Wie viele Räume hat der Buckingham Palace? Boah. Ich rate einfach so, okay? 3, 2, 1, 10. 102. 10.000! Ja, was weiß ich, Mann. Oh, mein Gott. 102, sag ich. Äh, 300, warte, sorry, jetzt hab ich die Frage verloren. Ähm, 602. Hä, wohin haust du? Bist du verrückt? Das war noch ein Test. Abi, halt dir ja. Das ist so schlimm, gell. Ja, halt dir. Hallo. Ey, die hat dir. Ja, halt dir. Du holst halt so aus. Okay, egal. Egal, Junge. Hadi. Ich gewinne. Ich komme schon. Hadi. Die Arme, Alter. Hadi, egal. Also, Junge, du spitzest. Was? Zwei. Der ging schon. Der war halt so. Ja. Okay. Okay. Achte Frage. Wie viel Prozent der Weltbevölkerung hat noch nie einen Telefonanruf erhalten oder getätigt? Wie viel Prozent der Weltbevölkerung? Ja, ja, ja. Hab's. Ein kleiner Tipp. Überlegt euch erstmal, wie viele dritte Weltländer es gibt und wie viel Prozent das an der ganzen Weltbevölkerung ausmacht. Ich hab's schon. Brauch nicht einfach so rein. Warte mal. Zwanzig. Äh, 35. Hallo. Der tut sich auf meine Antworten. Ja, egal. Nein. Wir haben das Notausuch über meistens 52 Prozent. Neue Frage. Wie viele Abonnenten hat der YouTube-Channel der Bundesregierung? Was? Haben Sie einen Appell? Haben Sie einen Channel? Aufschreiben, mein Freund. Nein. Du antwortest jetzt erstes jetzt. Nein. Doch. Ich hab jetzt eine Zahl im Kopf. Das ist die letzte Frage. Nein, es kommt noch eine. Das kriegst du so zurück. Jetzt bin ich mal richtig konzentriert. Die letzte Frage. Wie hoch ist das weltweite Durchschnittsalter beim ersten Mal? 20. 14. 17. Die Fresse. Welcher Breitengrad läuft durch Berlin? Wie? Welcher Breitengrad? Werte von minus 90 bis 90 möglich. Warte mal. Also, Breitengrad ist aber das da. Und das da sind die Längengrade. Ach so, Breitengrad. Oh. 13. Minus 25. 52. Ja! Du bist so schwer. Okay. Hadi. Hadi. Bak bir suratımın gönde rumforkun. Yaptı da gelicek. To the hands leg. Dört, seitdem. Dört, seitdem. Dört, seitdem. Du Arsch, Alter. Was willst du? Hey, kack'ın was kakört. Kami! So Leute, das war's jetzt mit dem Video, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, ansonsten bis zum nächsten Video, tsch.